meine kompanieros heute zeige ich euch meine maispflanzen die sind grandios guckst du also das hätte ich nie gedacht als ich die angepflanzt habe die waren beim auspflanzen schon naja einen halben meter hoch aber dass die so abgehen alter schwede die sind deutlich über zwei meter hoch und ja armenischer riesen mais nearby unbelievable hier unten ist die pflanzsteinmauer und da oben ungefähr in den baumwürzeln sind die blüten vom armenischen riesen mais und das sind witzigerweise auch schon ein paar kolben oder fangen gerade an wunderbar der standort scheint denen gut zu gefallen und da oben hören sie dann irgendwo auf im nebel der wolkendecke oder so ähnlich der armenische riesen mais macht seinem namen ehre das hatte ich nicht gedacht hey und das war wieder nächste mal machen fladenbrot bonen ihr rancheros adios mis amigos